Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Soloshow hier im Markenrebell Podcast und ich habe mir ein spannendes Thema für euch überlegt, wie immer. Ich hoffe ihr findet es genauso spannend. Nämlich es geht heute um das Thema, wie du durch Wertschätzung mit unangenehmen Gesprächen umgehst. Und ich denke, jeder von uns kennt diese Situation. Wir haben hier und da mal das ein oder andere negative Gespräch oder was heißt negativ? Es ist eher unangenehm. Warum? Weil wir vielleicht ein Missverständnis mit unserem Gesprächspartner haben. Das kann unser Kunde sein, das kann unser Vorgesetzter sein, es kann vielleicht auch ein Kollege sein, ein Mitarbeiter sein. Ganz egal. Uns interessiert auch heute gar nicht so sehr der Grund, warum dieses unangenehme Gespräch zustande kommt, sondern heute soll es uns darum gehen, wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir es, dass aus diesem unangenehmen Gespräch kein, wie soll ich sagen, kein Kriegsfeld entsteht, auf dem einfach niemand gewinnen kann? Und das ist eigentlich so das Wesentliche des heutigen Podcasts. Und ich möchte euch so ein paar Ideen mit an die Hand geben, wie könnte man mit so einem unangenehmen Gespräch oder auch Gesprächspartner, mit dem man vielleicht nicht ungefähr so auf einer Wellenlänge schwebt, haben wir ja alle irgendwie mal so erlebt oder ist vielleicht auch gegenwärtig von dem ein oder anderen ein Thema. Also wie gehe ich mit so einer Situation und solchen Menschen einfach um? Darum soll es heute gehen und ich habe mich erinnert und deshalb kam ich auf den Podcast oder auf das Thema. und zwar ein Klient von uns hat mit mir mal einen Termin ausgemacht und so weiter und ich habe ihn besucht in seinem Büro und dieser Klient, dieser Kunde hat in einem Tochterunternehmen einer großen Aktiengesellschaft gearbeitet. Und sein Büro, also der Person, die ich da besucht habe, sein Büro war direkt neben einem Konferenzraum und dieser Konferenzraum war immer der Raum, in dem gemietet wurde, wenn der Vorstand der großen Aktiengesellschaft kam. Da haben dann irgendwie alle die Hacken zusammengeschlagen und dann Meldung gemacht, sobald der Vorstand um die Ecke kam. Und an diesem Tag, als ich meinen Klienten besucht habe, um mit ihm so die ganzen Projektthemen zu besprechen, war tatsächlich ein solches Meeting in dem Konferenzraum nebenan. Und das, was ich dort erlebt habe, ist eigentlich so erschreckend bis grauenhaft, dass ich mit diesem Podcast vielleicht dem einen oder anderen helfen kann, solche Meetings zu meistern. Ich wünsche es keinem, denn in dem Meeting, könnt ihr euch vorstellen, war eigentlich ein Choleriker am Start und der war auch noch der Vorstandschef und der hat wirklich die Leute einzeln in diesen Konferenzraum, an dem eine riesige Tafel stand, antanzen lassen und hat die regelrecht zur Sau gemacht. Also man muss sich vorstellen, die Leute standen kleinlaut vor der Tür des Konferenzraumes, wurden dann reingelassen. Dann fing ein Geschrei an, also wirklich boshaft, das ist schon fast kriminell und also überhaupt nicht lustig für die Beteiligten. Und wenig später kam diese Person raus, emotional wirklich am Boden und bei einer Person habe ich sogar mitbekommen, dass hinter ihm die Tür ins Schloss fiel und irgendetwas Dumpfes von innen an diese Tür geworfen wurde. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also ganz übel und ich habe zu meinem Klienten gesagt, ich habe gesagt, Leute, ist das immer so, wenn euer Vorstand da ist, geht das immer so ab? Und er bejahte das Ganze. Also jeder versuchte irgendwie so diesen ganzen Thema aus dem Weg zu gehen. Offen gesagt, das, was ich euch heute erzählen möchte oder diesen Impuls, den ich euch heute geben möchte, damit kannst du so eine Situation auch nicht meistern. Da kannst du nur eins machen, kündigen. Ganz klar. Also da brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, wie kann man so einem Choleriker irgendwie begegnen. Das ist schon psychische Gewalt. Da möchte ich euch einfach empfehlen, überlegt euch, ob ihr euch das antun wollt und verlasst so ein Unternehmen. Das wird euch langfristig auf keinen Fall guttun. Aber es gibt noch mittelschwerere Meetings oder einfach Meetings, wo ihr vielleicht auf eine Person trefft, die euch nicht mag oder ihr euch beide nicht irgendwie grün seid. Sowas gibt es ja im Unternehmen auch. Man kann sich das nicht ständig aussuchen und irgendwie begegnet man sich auf dem Gang, geht einen aus dem Weg oder geht sich aus dem Weg und irgendwie kommt es dann mal zu einem Gespräch und das ist in der Regel dann wahrscheinlich nicht so wirklich lustig und besonders dann nicht, wenn man sich vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen begegnet. Also Beispiel, euer Vorgesetzter möchte ein Gespräch mit euch und das ist zwischen euch nicht wirklich angenehm. Oder ihr habt einen Kunden, für den ihr arbeitet und ihr merkt durch Missverständnisse, durch falsche Erwartungshaltung entsteht einfach der Bedarf, ein solches Gespräch zu führen. Und ich möchte euch einfach ein paar Anregungen heute dazu geben, wie das Ganze funktionieren könnte. Zumindest funktioniert es bei mir, vielleicht funktioniert es bei euch. Und zwar versetzen wir uns doch einfach mal in die Situation, ihr habt ein solches Gespräch in ein paar Tagen und ihr wollt euch darauf vorbereiten. Dann ist es aus meiner Sicht total gut, sich damit auseinanderzusetzen, was würden denn die Argumente eures Gegenübers, die wahrscheinlich nicht sehr empathisch sind, bei euch anrichten. Also inwieweit würde dieser Offensivangriff so euer Ego berühren? Inwieweit würde dieser Angriff euch dazu veranlassen, eigene Argumente auszutauschen? Und stellt euch das Bild vor, jeder der Gesprächspartner, also du und dein Gegenüber, ihr kommt mit einem Argumentationskoffer in diesen Besprechungsraum, klappt das Ding auf und dann geht das los. Es wird am Ende keinen Gewinner geben, es wird am Ende kein Commitment geben, es wird keine Souveränität geben, darauf gehe ich später nochmal ein, sondern es wird so sein, jeder verschießt sein Magazin, man geht wieder getrennter Wege, aber man hat kein wirkliches Ergebnis oder man hat kein gemeinsames Commitment erreichen können. Und vielleicht können wir heute mit so ein paar kleineren Hacks dafür sorgen, dass zumindest das Gespräch nicht eskaliert und man sich die Chance einräumt, zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal aufeinander zuzugehen. Mit Souveränität, das möchte ich in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge besonders hervorheben, mit Souveränität meine ich einfach, Herr der Lage zu bleiben und bei euch selbst zu bleiben. Also nicht durch Angriffe in die Versuchung zu geraten, selbst Argumente zu finden, um die vorzubringen, sodass dann dieses Match, dieses Gefecht entsteht, sondern euren Gegenüber wirklich durch diese eigene Souveränität zu beeindrucken. Und damit meine ich nicht Coolness, also nicht lasst sie zurücklehnen und alles an euch abprallen lassen, sondern wirklich Herr der Lage zu bleiben. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Also Nummer eins, ich würde erst einmal in eine mentale Vorbereitung gehen. Und das ist völlig egal, ob ihr sagt, hey, der Typ oder die Dame ist mir völlig egal, das prallt an mir ab, ich lasse den labern, gehe aus dem Raum. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine damit, euch wirklich mental vorzubereiten und euch daran zu erinnern, eurem Gegenüber wertschätzend und respektvoll zu begegnen. Warum sage ich das? Weil auch wenn euer Gegenüber nicht die Chance hatte, in seinem Leben zu lernen, wie man mit Menschen wirklich umgeht, wie man Menschen empathisch begegnet und dergleichen, dann ist das ein Problem der Erziehung des Anderen. Aber es ist nicht eure Aufgabe, das bei eurem Gegenüber zu verändern, sondern ihr nehmt diese Person so, wie sie ist. Und irgendwie ist diese Person, es gibt Einzelschicksale, da kann man nicht mehr helfen, aber irgendwie ist diese Person auf ihre Weise wertvoll für das Gesamtsystem. Es liegt also nicht in eurer Entscheidung, diese Person abzuwerten, sondern sie einfach respektvoll und wertschätzend anzunehmen. Das Zweite ist, in der mentalen Vorbereitung, macht eine Atemtechnik. Und ich mache das selbst immer wieder ganz gern, auch zu verschiedenen Anlässen. Und hier eignet sich das auch ganz besonders gut. ist so ein Teil aus meiner täglichen Meditation. Und zwar macht das Ganze dreimal. Das ist so die Frequenz. Und das könnt ihr, selbst wenn das Meeting in einer Stunde ist, könnt ihr das auf dem Klo machen oder wo auch immer. Also nehmt euch bewusst diese wenigen Minuten einfach raus, um euch einzustimmen auf dieses Gespräch. Und zwar, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, ihr nehmt die Hände nach oben und greift so nach der Sonne oder nach den Sternen oder was auch immer da oben hängt für euch. Und dann packt ihr das, schließt die Hände zu Fäusten und zieht das so in euren Kopf, in euer Herz hinein nach unten. Also Arme nach oben greifen. Ich mache das hier lustigerweise gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. nach oben. Und dann zieht ihr das so zu euch hinunter. Das Ganze 30 Mal. Das Ganze so schnell ihr könnt. Und währenddessen atmet ihr durch die Nase ein, während ihr da oben was greifen wollt. Und atmet durch die Nase wieder aus, wenn ihr es zu euch holt. Alles durch die Nase. Nach oben und nach unten. Und das super schnell. Hohe Frequenz. Nach 30 Mal legt ihr eure Hände auf euren Oberschenkel und spürt mal rein, was das in eurem Körper macht. Probiert es einfach mal aus. Nehmt das mal wirklich alles wahr. Nehmt mal wahr, wie euer Blut zirkuliert im Körper, wie euer Herz schlägt. All das wahrnehmen. Und während ihr das wahrnehmt, stellt euch einfach vor, dass sich um euren gesamten Körper herum ein undurchdringbares Energiefeld aufbaut. Also so ein kugelsicherer, nicht sichtbarer, so eine kugelsicherer, nicht sichtbarer Energie um Mantelung um euren Körper. Und wenn ihr das gemacht habt, dann stellt euch vor, dass dieser Energiemantel dafür sorgen wird, dass nichts von dem, was euch an Argumenten, an Beleidigungen, an was auch immer entgegengebracht wird, dass euch das eben nicht triggern kann. Es kann nicht zu eurem Ego vordringen, um euer Ego anzuregen und zu sagen, oh, ich muss jetzt hier Gegenargumente bringen. Also so einen kugelsicheren Energieballon um euch herum einfach mal vorstellen und das durch diese Atemübung zu machen. Wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr also euch klar gemacht habt oder euch erinnert habt, eurem Gegenüber wertschätzend und respektvoll gegenüber zu treten, wenn ihr diese Atemtechnik gemacht habt, dann macht noch ein Drittes, nämlich sagt eurem Gesicht Bescheid, wie ihr euch fühlen wollt und nicht, wie ihr euch vermeintlich gerade fühlt. Vermeintlich gerade fühlt heißt, natürlich ist das kein angenehmes Gespräch und natürlich, je nachdem, wen man da trifft, hat man vielleicht gewisse Befürchtungen bis hin zu Ängsten. Völlig klar. Aber die Information eures Bewusstseins an eure Gesichtszüge ein Lächeln auszustrahlen oder zumindest nicht irgendwie ängstlich zu schauen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich werde diese Situation meistern, sorgt letztendlich dafür, dass sich auch euer Mindset, euer Unterbewusstsein hier anhängen wird und auch das ausstrahlen wird von eurer ganzen Körpersprache, von eurer Mimik und Gestik natürlich. Und das Gesicht ist nun mal das, was sehr offensichtlich für euren Gegenüber der Spiegel ist, mit dem sich euer Gegenüber die ganze Zeit auseinandersetzen wird. Thema Blickkontakt, also wie ist die Reaktion im Gesicht des Anderen und wenn der andere dort erkennen kann, dass er euch getroffen hat, dann wird das für ihn natürlich immer wieder so eine Punktlandung sein und sagen, okay, jetzt habe ich und jetzt hole ich noch das nächste Argument und noch eins und noch eins und noch eins. Souveränität heißt, innere Gelassenheit eben auch auszustrahlen und bedeutet nicht, eine Maske aufzusetzen und irgendwas zu überspielen, sondern euch einfach nur bewusst einzustellen auf diesen souveränen Auftritt, den ihr haben wollt. Okay, das war die mentale Vorbereitung. Gehen wir jetzt in das Gespräch hinein. Angenommen, ihr seid jetzt soweit vorbereitet, auch wenn das nur wenige Minuten vor einem Termin stattfindet, ist das für mich das Minimum, was man machen kann, um einfach in so ein Gespräch reinzugehen. Und im Gespräch selbst gibt es einen Trick, den ich anwende und den ich auch immer wieder gerne weitergebe. Und zwar, also so viele negative Gespräche oder unangenehme Gespräche habe ich jetzt nicht, aber so im Laufe der Berufsjahre sammelt sich ja dann noch einiges an. Nehmt ein Notizbuch oder Notizblock und einen Stift mit. Warum? Wenn derjenige auf der anderen Seite so seine Einleitung beginnt, dann kann es ja durchaus sein, dass diese Person sehr emotional wird und auf jeden Fall anfangen wird zu sprechen. Und es wird ein Monolog entstehen. Vielleicht, wer weiß. Wichtig ist, dass ihr in dem Moment anfangt, wirklich ganz bewusst mitzuschreiben. Mitzuschreiben, was wird euch gerade vorgeworfen. Mitzuschreiben, was wünscht sich euer Gegenüber. Und wirklich mitzuschreiben, was sind die Themen, die bei eurem Gegenüber für Unbehagen sorgt. Ihr wollt ihn oder sie wirklich verstehen und deswegen mitschreiben. Und schreibt viel mit. Warum? Durch das Mitschreiben habt ihr die Möglichkeit, für euch in euren Gedanken euch immer wieder auf diesen Souveränitätsstatus zurückzubesinnen. Wenn ihr euren Gesprächspartner die ganze Zeit anschaut, dann kann euer Gesprächspartner auch in euren Augen lesen und er wird Ablehnung unter Umständen erkennen können, je nachdem, wie intensiv der Blickkontakt ist. Deswegen immer wieder aufs Papier schauen, immer wieder mitschreiben und auf der anderen Seite signalisiert ihr eurem Gegenüber, hey, der interessiert sich tatsächlich, der ist nicht gekommen, um zu kämpfen, also mit verschränkten Armen gegenüber zu sitzen und zu sagen, okay, jetzt lasse ich dich mal reden, bis dein Magazin leer ist und dann fange ich an, sondern ihr signalisiert und sagt, hey, ihr sagt gar nichts, sondern ihr signalisiert einfach durch das Mitschreiben, hey, das interessiert mich, das ist wertvoll für mich, ich respektiere dich und ihr schreibt das Ganze auf. Wenn sich in dem Gespräch, kann ja sein, dass es jetzt nicht nur ein durchgehender Monolog ist von einer Stunde oder so, was sehr anstrengend wäre, sondern vielleicht gibt es so ein paar Pausen, wo ihr gegenüber so auf eure Reaktion wartet, dann kommt nicht in die Argumentationsfalle, sondern stellt eine Frage zu dem, was euer Gesprächspartner gerade gesagt hat, also Rückfragen stellen. Dann fängt er wieder an zu reden und ihr schreibt wieder mit. Das Ganze macht ihr so lange, bis ihr den Eindruck habt oder auch die Zeit rum ist, dass euer Gegenüber sich einfach mal so komplett seelisch ausgeleert hat. Also dieses ganze Chaos, dieser ganze Dreck eures Gegenübers in eurem Notizbuch verschwunden ist. Und dann kommt ein ganz wichtiger Part. Ihr fangt jetzt nicht an, die einzelnen Themen aufzurollen und eure Argumente zu bringen. Auf keinen Fall. Dann wäre das diese Argumentationskoffer-Thematik, sondern ihr macht folgendes, ihr bedankt euch, also das sind jetzt Ideen, ihr müsst das nicht machen. Ihr bedankt euch bei eurem Gegenüber dafür, dass dieser sehr offen euch das mitgeteilt hat, was ihn oder sie bewegt hat. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist dieser wertschätzende Part. Also alles, was jetzt quasi passiert ist, ist absolut wertschätzend. Auch dieses Mitschreiben ist super wertschätzend. Ihr bedankt euch also dafür, dass ihr so offen wie möglich von eurem Gegenüber und auch so, wie er gerade in der Lage war, das zu kommunizieren, euch mitgeteilt habt und so, dass ihr diese Klarheit habt. Dann als zweites, nach dieser Bedankung, sagt man das? Ist das deutsch? Nachdem ihr euch bedankt habt, fasst ihr mit eigenen Worten entsprechend eure Mitschrift noch einmal zusammen, was ihr glaubt, verstanden zu haben. Also ihr rekapituliert einfach nochmal das Gesagte eures Gegenübers mit eigenen Worten und fragt am Ende, ist das richtig oder würden sie, würdest du noch was ergänzen? Der andere werdet ihr merken, wird immer mehr runterkochen von seiner anfänglichen Energie, vielleicht auch Wut und wird sich in den Prozess, den ihr die ganze Zeit am Führen seid, selbst wenn ihr nichts sagt, führt ihr diesen Prozess auf der unterbewussten Ebene, wird er sich dort irgendwie darauf einlassen, weil es ist ihm ja schon wichtig, dass das, was sein Ego gerade versucht hat, mehr oder weniger schön euch mitzuteilen, dass das auch gesehen wird und ihr habt es sogar aufgeschrieben. Das heißt, er wird das bestätigen oder wird noch seine Ergänzung machen und wenn dann das Ganze abgeschlossen ist, also ihr ein gemeinsames Commitment habt, darüber, dass du deinen Gegenüber richtig verstanden hast, dann erfolgt der dritte Schritt und der dritte Schritt ist, dass du sagst, hey, ich würde mir jetzt das Ganze, was du mir heute gesagt hast und was ich aufgeschrieben habe, also erwähnt das wirklich nochmal, würde ich mir jetzt einfach nochmal die Zeit erbitten, das nochmal für mich selbst zu reflektieren und ich komme in ein paar Tagen auf dich oder auf sie zurück, damit wir nochmal in einem zweiten Termin darüber sprechen können. Zusammengefasst, was ist passiert? Ihr habt im Grunde diese Energie des Gegenübers umgeleitet über euer Notizbuch, sodass es euch nicht mehr persönlich treffen konnte. Also versteht vielleicht auch diesen Schutzschild eures Notizbuches wirklich als Schutz eurer eigenen Selbst, sodass ihr so wenig wie möglich in Versuchung kommt, eigene Argumente vorzubringen und ihr habt dem ganzen Raum gegeben, ihr habt eurem Gegenüber den Raum gegeben, den er gebraucht hat, die eigenen Argumente zu formulieren und je nachdem, wen ihr gegenüber sitzen habt, kann das halt sehr empathisch sein oder halt auch das komplette Gegenteil. Also es gelingt nicht jedem auch wertschätzend und wohlwollend seine Wünsche zu formulieren oder seine Erwartungen zu formulieren. und ihr habt die ganze Zeit auf der unterbewussten Ebene dieses Gespräch geführt, weil ihr euch der Gegenargumentation entzogen habt und ihr kanalisiert quasi diese Energie in Form von Wertschätzung und Achtsamkeit, einfach, dass ihr sagt, okay, ich möchte dich wirklich verstehen und erbitte mir einfach Zeit, darüber nachdenken zu dürfen, um dann gegebenenfalls noch einmal ein Treffen anzuberaumen. Und diese Form der Vorgehensweise, die braucht auch Geduld. Ich weiß das selber, Geduld ist keine meiner Stärken. Man möchte dann einen Termin und an diesem Termin muss alles gesagt werden und dann trifft man sich nie wieder, aber dem ist ja nicht so. Man trifft sich spätestens auf den Gang in der Kantine oder wo auch immer. Man trifft sich die ganze Zeit wieder, macht daraus wirklich zwei Termine und ihr werdet feststellen, dass der zweite Termin dann ganz anders abläuft, weil euer Gegenüber gelernt hat, dass ihr euch Zeit nehmt und dieser ganzen Situation einfach auch einen Zeitraum gebt. Ich hoffe, das hat euch etwas weitergeholfen, mit solchen schwierigen Situationen wirklich gut und souverän umzugehen und wenn ihr Lust habt, lasst uns gerne auf den gängigen Kanälen dazu einfach nochmal austauschen. In diesem Sinne nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt verlinkt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App und das alles kostenlos und ohne Werbespam. Das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Show Notes nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.